Hallo ihr Gräflichen und ja am Freitag ist es wieder soweit, ein Abo-Treffen am 30.08. Also halt am Freitag um 6 Uhr. Das Spiel steht noch nicht fest. Ich lege einfach mal so ein paar Ideen auf den Tisch. Zum Beispiel Minecraft, Zombie Panic, Terraria oder was auch immer. Ansonsten reden wir erstmal von 6 bis halt 7 und dann können wir überlegen, welches Spiel wir zocken, halt welches Spiel die Mehrheit hat und worauf die Mehrheit Lust hat. Ihr könnt schon mal in den Kommentaren ein paar Ideen äußern, wenn ihr dazu Lust habt und bitte sagt mir doch, ob ihr kommen wollt oder nicht, denn es sind immer noch viele im Urlaub. Dann schauen wir doch mal, wie viele kommen und in Skype können wir mich auch einladen. Meine Eddy müsste Headshot194 sein, der alte Name. Ansonsten steht die Eddy auch nochmal in der Beschreibung. Da ladet ihr mich einfach ein und schreibt mich dann am Freitag eine halbe Stunde vor 6 an, damit ich euch mit einplanen kann. Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, wir sehen uns am Freitag. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und bis dann, bleibt geschmeidig und habt immer noch einen schönen Tag. Und natürlich zum Abschluss gibt es hier noch ein paar schöne Szenen von Ricardo aus GTA Vice City, der euch noch ein wenig das Abo-Treffen schmackhaft machen soll. Bis zum Abschluss!